Ein herzliches Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. So, wir sind hier. Gasthaus zum letzten Licht. Und wir haben uns entschlossen... Oh, was ist denn das für ein lustiges Schachbrett? Glanzbrett? Oh mein, ich muss mal angucken. Oh, oder einstecken. Irgendwie witzig. Wir gehen nach oben. Ich spiel schon wieder rum. Also, wir haben uns entschlossen, jetzt diese Isobel zu retten, weil ich möchte, glaube ich, ohne diesen Zauber nicht nach draußen. Was machst du denn? Super Fail schon wieder. Nein. So, genau. Okay. Bisschen Schiss hatte ich schon, aber es wird schon schief gehen. Aber ich sehe hier keine Haarfe noch. Was soll das? Breche ich mal mit ihr, oder? Wie geht das? Ach! Das sieht schon was. Boah, die sieht cool aus. Okay. Ich habe gehört, ihr seid die Beschützerin in dieses Gasthaus, die Bannerin der Schatten. Wieso weißt du das schon? Es ist fast zu gut, dass es wahr sein wird. Aber ich wäre ein schlechtes Klerik, wenn ich einen zu verabschieden werde, wenn ich einen sehe. Ich glaube, Jaheira hat dir einen Schutzschutz von ihr Lieblingsklerik ausgesucht. Oh, cool! Gefällt mir. Ja. Mhm. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The harpers are trying to figure it out. This is a lunatic magic. Dark lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. Oh, Zickerei. Du solltest in meine Gruppe, dann haben wir Spaß. Ich denke, ich muss jetzt aufhören. Soll ich noch was für dich aufbauen? Wartet. Markus ist eine wahre Serie. Er ist hier, um euch zu empfehlen. Du bist nicht... ...series, oder? Wo ist Markus? Ja, wo ist er? Schick. Erstmal das hier. Mal in seinem Gehirn ein bisschen rumstaubern. Wär schon. Er hat schon Angst, dass ich diesen niedrigen Wurf wieder verkack. Ein hauntes Gesicht schwimmt in deinem Gehirn. Seine Instruktionen sind vivid in deinem Gehirn. Nichts ist mehr wichtig, als die Mädchen zu leben. Was ist passiert? Wenn du etwas zu sagen hast, sag es. Markus, ich will euch entführen, Isobel. Diesmal müssen wir uns den Weg freikämpfen. Was ist denn da? Du hast den Weg geholfen. Was ist denn da? Du hast den Weg geholfen. Dein Absolut. Natürlich. Du kannst nicht glauben, Markus. Ketherick wird dir niemals geben, was es ist, du hast geholfen. Er hat es bereits. Oh, shit. Was passiert hier? Zeit zu gehen, Isabelle. Oh nein, was passiert hier? Rettungshof gescheitert. Konstitution. Okay, die sind eklig. Ach du Scheiße. Was sind das für Viecher? Ach du Scheiße. Was sind das für Viecher? Ach du Scheiße. Okay, das wird jetzt ein... Ey, du sick. Interessanter Kampf, glaube ich. Jetzt muss ich genau aufpassen. Oh, hier sind auch so Viecher. Warte mal. Wir machen den hier. Wir hauen hier lieber alles raus. Ja. Wie viel Schaden der gemacht hat. Hast du gut gemacht. Kartulation. Oh. Jetzt kommen erst mal andere noch dran. Schicken, die kommen alle zu mir. Und schlagen auf sie. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht gut. Oh. Fett. Okay, das war... Hat der... Geil. Okay, dann muss ich überlegen. Ich muss auf jeden Fall sie heilen, weil ich habe echt Schiss. Das... Warte, wer ist denn noch dran? Okay. Okay, pass auf. Ich kleide hier den härtesten Lichtsaubereien. Was? Nachteil? Ist schon hart, gell? Aber warum bin ich so schlecht hier drin? Ist das besser? Ist halt nicht viel schöner Schaden, ne? Das machen wir so. Dadurch, dass das so eine hohe Verteidung hat. Äh. Warum haben wir alle hier... Schaden gekriegt? Das ist scheiße. Das war richtig kacke, was ich gerade gemacht habe. Oh no. Wie viel Leben hast du denn noch? Okay, ich muss leider erst meine... Meine... Meine Leutchen heilen. Bleiben wir halt noch mal unten in dieses Scheißsorge stehen. Das war dumm. Aber das war natürlich echt blöd, hey. Ich werde nicht geben. Das weiß ich nicht. Soll ich hier... Das ist ein Nachteil. Ich gehe vielleicht hier mal raus. Oder warte mal, noch besser? Ich mache den hier. Lockiere den Eingang dadurch. Oh shit. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Oh shit. Oh shit. Soll ich es in meine Leutchen nicht öffnen. Oh shit. Siehst du den? Weg ist unterbrochen. Und dann gehst du nämlich hier noch ein Stückchen zurück und dann nimmst du halt mal einen fetten Heiltrank. Hab ich mich da mal richtig dumm nammiert? Was für ein fetter Heiltrank. Ich hab keinen. Shit. Aber ich blockiere den Weg. Das ist schon mal gut. Du haust dir jetzt bitte um. Mach das nochmal. Sehr gut. Und dann machst du Zerfleischen auf ihn. Machst du den hier. Das ist alles raus, was geht. Was macht der? Schwinge die Waffe in einem Weitbogen bis zu drei Zeiten. Wusste ich gar nicht, dass ich das hab. Aber ich hab ja jetzt ne Axt. Okay, so. Wir trinken einen kleinen Heiltrank. Oh. Okay, sie ist aber auch mächtig. Ja, heil dich. Sehr gut. Bin ich mal gespannt. Er kommt an mir vorbei. Der Sack. Okay, aber sie greifen ziemlich an. Danke für eure Hilfe. Lasst euch aber auch echt um Zeit. Oh, drei Schaden. Oh, aber er ist benommen. Das ist gut. Und es ist gut, dass der Trottel durch die Säure belatschen muss und jetzt hier richtig Schaden kriegt. Aber ich... Ich hab so irgendwie das Gefühl, der will zu ihr... Alter, jetzt reicht's aber. Das stimmt mit dir nicht. Oh, ich kann das nämlich auch. Guck mal. Oh, der hat gar nicht mehr so viel Leben. Ich hab ihn ja gleich. Ein bisschen Angst hab ich schon, gell, dass sie noch stirbt. Aber... Zielgestalt. Hunter. Alter, was ist mit der? Warte mal. Ich hab nicht mehr viel Leben. Gut. Volle Kalle Leben. Nicht schlecht. Madame, nicht schlecht. Ähm, wir machen den hier. Äh, warte. Also das verstehe ich hier jetzt grad nicht so ganz. Was ist denn das? Sehr schön. Zeit, um meine Glück wieder zu spüren. Okay, auf ihn? Ich glaube fast ja, ne? Wir probieren's. Schaffst du. Was soll ich verlieren? Sehr geil. So, und jetzt bist du fällig. Nein, kein Defiziver-Einkrieg. Den schnappst du dir auch. 9,90. 21. Ah, oh Gott. So. Jetzt haben wir so beschützt. Wir warten jetzt mal, was die anderen so machen. Den hier mal aber ein bisschen teilen und so. Ja, auf jeden Fall. Wie viel sind denn das? Ein, ja, zwei sind's noch. Ja, heilig. Bleib auf Abstand. Oh, ich hab auch Erfahrungspunkte gekriegt. Wo bist du? Das erledigt eigentlich schon auch sie, ich glaub ich. Ich geh hier einfach nur raus, würde ich sagen. Ah, das ist Asrarion. Alter, die fetzt schon. Oh, was ist hier? Das ist Blödsäure. Keine Mounds von Asrarion. Was ist denn das? Wieso ist das jetzt immer so kompliziert auf einmal? Versteht das irgendwie nicht? Was ist das? Was? Cooler Kampf auf jeden Fall. Aber wir machen jetzt mal folgendes. Ich bin wieder die Malforsis-Cyber. Gegen des veränderten Körpers. Okay, ne? Überladen, ja, ja. Ja. So, jetzt macht ihn mal schnell platt. Oh, die greifen zu Zotan, ist ja witzig. Das Leben ist hart. So. Das war doch ganz gut, würde ich jetzt mehr hoffen. Infiltriere die Blab... Isabel! Are you all right? I'm fine. Markus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Kederick will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. We are in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive. I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. Das ist schleimig, wenn ich das, das kann ich nicht oft genug hören. Good. Because your work here is only beginning. No mercy. For Kederick will have none on you. Find die voll hübsch. So. Das war unsere erste richtig gute Tat, würde ich behaupten. Und jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Weil das Haus haben wir ja auch noch nicht richtig abgecheckt. Das war unsere erste рsch... Also was haben wir hier alles? Wir haben nicht mal was. Ist sie eigentlich noch in der Nähe? Gehen wir gleich. Wir wollen das sagen. Das war ja so klar. Oh, war das jetzt nervig? Wo ist jetzt das Buch? Äh. Habe ich ja toll gemacht. Objektiv genutzt. Aber die Weibendruhe können wir eröffnen. Aber... Du sprichst noch mal mit ihr, Freund. Hat sie noch was? Ich hätte noch ein paar Fragen. Der Fluch scheint sehr mächtig zu sein. Was könnt ihr mir noch darüber sagen? Wie seid ihr hierhergekommen? Ich weiß nicht viel über euch. Ergibt ihr mir Nachhilfe? Was lebt? Ach, Liebesgeschichten habe ich gerade gelesen, ja. Man liest das, was man hören will, ne? Weiß nicht viel über Selun und Shah. Würdet ihr mich erleuchten? Ohne. Okay, so. Was haben wir denn hier oben noch? jetzt natürlich auch erst mal alles an der holzkiste nichts drin ist immer immer mal weiter hier irgendwas der cool aus eigentlich ja das war schon die richtige entscheidung dass sie geholfen ja das muss ich wirklich sagen oder warte mal wirklich siegen von sieben sieben sparen schaden verringt wie gegen ihre effekte schaden es ist voll geil ja prima gar nichts so was ist das hier da ist diejenigen von mei erschlagen flame color that's your name isn't it art color i'm fistula we 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 need you sir one of our own's been taken a grand duke you might know something that could help us bring him back we found him out in the shadows just wandering nothing survives out there for long don't know how he made it or where he came from this is no physical ailment es ist eine spirituelle malaise der mensch mind hat sich durch den schaden verringert es ist halt dumm ich warte mal weil es muss quentin übernehmen wo ist sie denn jetzt schon wieder was ist denn jetzt passiert ist der jetzt verweckt wo ist die hin 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 un said hey ich bin ja jetzt auch da ich breche bald dorthin auf Oh! Was ist die Stahlwache? Was ist die Stahlwache? Ich bin sicher. Ich mache mein Bestes. Aber es gibt jede Chance, dass ich die Kursen der ganzen Kult, bevor ich die Stadt reache. Nicht auf mich und wüsste, dass keine Hilfe kommen wird. Arbeit mit Jaheira. Das Harpers-Mind ist so stark wie ihre Bläde. Seid ihr Hinweis. Auf Wiedersehen. Na ja, ich war jetzt nicht so bewauschend. Warte mal, was ist mit dir? Habt ihr richtig... Ganz recht, habe ich gehört, die Bettliegerin gesagt, könnte hilfreich sein. Ich kann ja in sein Gehirn rein, aber ich bin froh, dass ich es doch machen kann. Einverstanden. Du? Was ist das für ein Depp? Dann hilft man den Leuten, wenn man dann... Ja. 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 Gut. Das haben wir ja schon gehört. Ja, das kennen wir ja. Ja. Ja, das ist kein Kind so. Das irgendwie erwähnt hat. Dann, wer ist das? Kann er euch hören? Kann er euch hören? Was hat er denn? Was hat er denn? Das Lied, habt ihr das schon mal gehört? Habt ihr schon nach persönlichen Gegenständen geschaut? Mal sehen, was ich herausfinde. Danke. Dankeschön. Gegenstand erhalten. Abgegriffen. So? Ja. So. Beauftragter Art Buller-Klamme. Beschaffend von Informationen zum aktuellen Aktivitäten in den Türmen des Mondaufgangs und Umgebung. Geleitet von Kelerik Sorm aus der alteingesessenen Sormfamilie der Region. Befehle. Unterbringung im Gasthaus. Zum letzten Licht und Beginn der Nachforschungen im Zollhaus. Unbestätigte Berichte deuten auf Korruption hin. Beachten. Die Familie Sorm für eher traditionell sind nie. Doch Gerüchten zufolge gewinnt eine Enklave der Chariten an Macht. Untersuchen und Berichten. Gezeichnet großer Zug Eltern. Okay. Gucken wir mal in diesen Rucksack rein. Ah, im Haus der Heilung. Ist das so der Vergnüte-Sack oder was ist das? Wir leben. Wir sind tot. Zwei von uns. Zwei von uns. Ich hab's. Zu dem Ende. Without a reminder of who he is, of what he held dear, his mind will remain lost to the darkness. Nachforschungen genau betrachten. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Das machen wir auf jeden Fall. Komm, bitte. Besteh, besteh. Ich hasse es! ja das ist vielleicht sehr wichtig so ich brauche jemanden der hier cool musik spielen kann würde ich behaupten mal ganz kurz ja ja ich brauche jemanden der oh da freue ich mich jetzt danke dann sprechen wir mal halt mit chanera ich weiß auch nicht was passiert wäre wenn wir es jetzt nicht geschafft hätten konzentrieren wir uns da auf keller wird wollte euch noch etwas fragen euren namen habe ich schon gehört wo ich hörte er hätte beides getan rührende worte inspiriert ihr so eure harfer ja ja aber ich könnte dich glaube ich brauchen ja immer noch was fragen wir haben die harfer überhaupt von der absoluten erfahrung oh oh die hoppers learn of anything poking noses where they don't belong we send an agent to infiltrate this cult latest fad among the city's bored nobility i thought until that same agent returned and tried to plant a knife in my neck my first encounter with a true soul i'm glad hours ended on friendlier terms from there i made some inquiries of my own so first hand how easily the cult could turn friend to foe with but the twist of a tadpole and so i gathered my harper's and came to the source moonrise towers die shadows haven't consumed you gut nichts neues zu berichten aber die suche geht weiter eine suche verwendet durch unnatürliche darkness aber lasst das dich beschädigen wer kann mir hier ich brauche jemand der ein liedchen tränert ich kann es nicht ich bin da nicht so gut ich weiß noch mal was wenn ich mich durch trenne einfach mal ein lied das scheuert ok wir lassen es ich glaub das ist nicht so gut schlechtes auftreten war ein versuch wert wer könnte hier ein katermusik packen einfach gleich mal starten jetzt nehmen auch noch mit wer kann hier vielleicht Musik machen halt warte du vielleicht da war das und was Ich wusste immer, dass Markus ein Schnee war. Du hast es gut gemacht, um das Licht aus ihm zu schrauben. Das ist ein bisschen freundlicher. Halt, warte mal, du hast doch gerade mit ihr gesprochen. Ich will dir vielleicht helfen beim Team. Ne, okay, ich kann dir nicht helfen. Kann ich gleich mit dir, kurz mal? Ja, zeig mal ganz kurz, weil ich habe ja hier auch wieder Kurscht irgendwie. So, das habe ich immer noch. Hier, das Landsbrett baue ich nicht. Denke ich dir, wenn das... Weiß ich nicht. Dinge wiegen jetzt nicht so, die Helden, ja. Also, das... Kurscht hat man ja. Und das hier, Plattentanzer, bist du ja auch weg damit. So, du hattest nichts, oder? No. Doch, warte, man hat es heute gekauft. Warum haben wir jetzt nicht geguckt? Ah, ist gut. Ich... Ich... Hier sind... Ist alles voll Hafner. Und keiner kann mir hier ein Hütchen trennen. Und es werden mehr von ihnen. Es sind immer noch. Ich wusste, dass es etwas über diesen Fist war. Schön, dass du ihn hier bist, um ihn runterzuhalten. Niemand kommt mir vor. Nicht wieder. Mhm. Okay. Alles mit euch. Waren letztes Mal auch so viele da noch? Alles? Waren nicht... Warte, Tier. Sollte Isobel Segnis nicht beschützen? Warte, Warte. Ah, die ist cool. Ach so? Ist egal, mit wem ich wahrscheinlich red, gell? Ja, okay, alles klar. Also, ich hab dann richtig Begleitschutz. Es ist nicht schlecht. Hab ich mit dir schon geredet? Aber wer ist eigentlich der Typ hier? Ach, hier... Warte mal. Was ich... noch gesehen hab, war hier so ne Lize. Und ich kann doch mit ihm reden. Das sollte ich schon mal auspisten. Und ich war noch nicht überall. Das ist doch so bis oben. Was ist das hier? Ja, den nehmen wir doch mal mit hin. Ja, jetzt siehst du, wenn man vom Teufel spricht. Was ist denn da? Was ist denn da? Ich weiß nicht, dass du das... und das wird dann fertig sein. Sehen hast? Kritzelte Notiz. Geilo! Äh, wo bist du hier? Ja. Die Schrift im Tagebuch ist alt, aber die Seiten sehen noch frisch aus. Wie lange muss ich hier noch ausharren? Ich wollte schon vor einem Zehntag in Baldos Tor sein, aber dieser verfruchte Zöllner weigert sich standhaft meine Papiere anzunehmen. Wenn Vater das erfährt, wird er außer sich sein. Dieses Dorf ist irgendwie seltsam. Die Leute hier machen den Eindruck, als hätten sie etwas zu verbergen. Die Schreine der Mondmeid scheinen ungepflegt und zu verwahrlosen. Ich hatte gehofft, mehr über Ketterich zu haben, sie bevorstehe, das Dorf zu erfahren, aber sein Name scheint die Leute hier aufzubringen. Ich weiß nicht, ob ich es noch länger als eine Stunde an diesem abscheulichen Ort aushalte. So, dann will ich doch mal nach dem Dienst gucken. Verdächtig... Ja, da haben wir sie. Da ist verdächtig aus. Ähm... Ähm... Achso. Wenn ich die Fähigkeit verhabe... Was ist mit dir los? Ganz ruhig ketzeln. Wilde, nichts Böses. Wie lustig der aussieht. Und trotzdem verhörst du mich, mit deiner sehr Presence. Das ist mein Territory und du bist in es. Wie geil ist der denn? Komm, ich mach das Spiel mit. Meine Absichten sind lauter. Ich will dich nur aus der Nähe bewundern. Hm... Ich will es lieben. Ist klar, dass Astarion das gefällt. Die Katze still bewundern. Du bist ja ein ordentlicher Bursche. Wie bist du hergekommen? Du kennst dich doch aus mit der Welt. Hast du hier irgendetwas Interessantes mitgekriegt? Das ist... Für meine Part... Ich habe gemerkt, dass der Klerik ein Leer ist. Sie hat mir ein bisschen Milch gebeten. Aber du siehst keine Milch, oder? Du siehst du? Nein, nicht ich! Unvergleichbar! Okay, das war so ein nettes Ding, mal zwischendrin. Was? Was ist mit mir? Noblikaze. Okay. Ich kann das noch nicht. Mal ganz kurz... Lieden. Ich will mit ihm reden. Ja, du singst. Das Lied. Habt ihr das schon mal gehört? Nein. Nicht, bis ich mich immer wieder kennengelernt habe. Das ist der Schlüssel. Danke. Danke. Wie kennt ich dieses blöde Lied? Kennt niemand dieses dumme Lied? Duke Ravengard ist mehr als unser Lied. Seine Familie. Ich kann nicht glauben, dass einer von uns ihn ihn betrachten würde. Ja, okay. Ich geb's jetzt auf. Ich hatte echt gehofft. Also, ich geh dann. Da bin ich... Oh, warte. Da oben ist noch jemand. Da bin ich voller Baden hier. Ganz festungsvoller Baden. Hallo. Ich kann nicht mehr in niemandem vertrauen. Und das includes you. Okay. Nettes Mädchen. Gut. Dann würde ich nämlich sagen, sind wir hier am Ende dieser Folge angelangt. Sag ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss. Tschüss.